Und mal wieder darf ich euch zu einem neuen Video begrüßen und heute ist das Thema IPv6 einfach mal gang und gäbe. Oder soll man mal vorsichtig sagen, naja, scheinbar ist das Thema IPv6 immer noch nicht so richtig bei den Leuten, bei den Providern, bei den Anbietern von Webseiten angekommen, aber seht selbst. Aber als allererstes nicht erschrecken, was ich euch jetzt zeige, ist quasi einfach nur die harte Seite. Ihr werdet zu Hause kaum oder wenige Probleme halt eben verspüren, das was wir jetzt hier sehen. Was habe ich für euch heute vorbereitet? Wie ihr seht, habe ich einfach mal eine virtuelle Windows 11 Maschine aufgesetzt, die wirklich nur und auch nur und ausschließlich IPv6 hat. Man kann hier wirklich sehen, in meinem virtuellen Adapter ist keine IPv4 Adresse drin, sondern wirklich nur reines IPv6. Und damit versuchen wir uns jetzt einfach mal im Internet zu bewegen und ihr werdet jetzt relativ schnell feststellen, das Ganze wird echt problematisch werden. Machen wir also das, was ihr auch normalerweise tun würdet. Wir bewegen uns jetzt im Internet, wir haben eine PC gerade gestartet, wir öffnen hier ganz normal unser Internet Explorer, unser Chrome, unser Edge, wie sie nicht alle heißen. Haben natürlich als Startseite IPv64 und sehen, wir haben eine schöne IPv6 Adresse, ihr seht, mein Server ist bei Hetzner und so weiter und so weiter. Und wir fangen jetzt einfach damit an, wir gehen erstmal nach Google. Google sieht schon mal gut aus. Google können wir aufrufen, Google ist wunderbar. Was machen wir normalerweise als erstes? Wir freuen uns aufs Wochenende, wollen erstmal gucken, wie ist das Wetter? Also gucken wir einfach mal nach Wetter. Wunderbar, Google funktioniert und jetzt fangen wir an, ja, auch ja, Wetter kommen, klick. Oh, ist das aber schlecht, da kommen wir irgendwie nicht so wirklich hin. Also Wetter kommen funktioniert schon mal erstmal gar nicht. Gehen wir mal zurück. Wir haben ja, es ist ja nicht die einzige Internetseite, die es hat. Hier gibt es noch zum Beispiel Wetter.de. Oh, oh, das ist aber schlecht. Oh, 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 dann, ja, versuchen wir mal die dritte Seite, Wetter online. Da haben wir ja gerade gesehen, die Zeile war auch blau, da habe ich nämlich schon mal drauf gedrückt. Die funktioniert aber, ich kann doch jetzt schon mal sagen, so, ja, so halb auffällig ist, wenig Werbung. Manche Sachen kommen nicht, es ist, ja, sehr spannend. Sagen wir mal so, das ist zum Beispiel auch das, was ich in der Regel am meisten hier benutze. Das ist dieses Wetterradar, um auch kurzfristig zu sehen, ist da was in Anmarsch oder ist da nicht in Anmarsch. Hier diese alten Wetterangaben, die sind halt ja auch nicht auf der Webseite da. Das heißt hier zum Beispiel, bester Fall jetzt, die Webseite selber ist irgendwie per IPv6 erreichbar, aber alles, was unten drunter läuft, wie jetzt hier radar.wocloud.com, können wir einfach mal gegentesten. Ich kopiere mir das hier mal raus und gucke einfach mal drauf, weil die Adresse soll ja angeblich aufgerufen werden. Auf IPv664 habe ich jetzt ja einen DNS-Logat mittlerweile und dann gucken wir einfach mal, was da kommt. Und wie ihr seht, ja, es sind nur A-Einträge da. Das heißt, wir haben zwar hier schön vier tolle Server, die irgendwie meine Anfragen im normalen IPv4-Internet entgegennehmen könnten, aber halt kein IPv6. Das heißt, ganz normal, die Webseite funktioniert, aber halt so Untersachen, die einfach auf einmal nur noch per V4 erreichbar sind, gehen nicht mehr. Mal schnell noch ein ganz anderes Thema in den Ring geworfen. Nur 38 bzw. 39% von euch sind hier überhaupt auf dem Kanal Abonnenten. Tut mir noch den Gefallen, drückt hier unten einfach mal den Abonnieren-Knopf. Mit der Glocke könnt ihr weglassen, interessiert eh keine Sau und mir geht da eh nur selber auf den Sack. Aber ein Abo-Knopf tut nicht weh und dafür vielen lieben Dank. Nun gut, jetzt haben wir das Wetter ja gecheckt und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, dass wir, ja, wie sollen wir sagen, einfach mal ein paar E-Mails checken oder wir gehen arbeiten. Was nutzen wir heutzutage? Microsoft Teams zum Beispiel nutzen mittlerweile ganz, ganz viele Leute, aber lasst uns klein anfangen. Wir checken einfach mal E-Mails. E-Mails auf Google werden funktionieren, wissen wir, Google ist da recht gut aufgestellt. Aber viele haben halt zum Beispiel auch eine Outlook-Adresse oder sowas. Aber lasst uns doch mal die einfachen Sachen testen. Ich weiß es auch gar nicht. Wie sieht es denn aus hier ganz normal mit web.de? Ja, wie sieht es denn aus mit gmx.de? Oh ja, alles klar. Dann gehen wir nochmal zurück nach Google. Vielleicht habe ich ja doch noch eine Outlook-Adresse. Outlook.com oder irgendwie sowas. Da gibt es ja hier Outlook Live. Ah ja, guck mal. Microsoft ist schon mal echt gut aufgestellt. Scheinbar funktioniert. Dann lasst uns einfach mal unsere E-Mails schicken. Wir klicken mal auf Anmelden. Oh, login.live.com geht nicht. Ja, das ist jetzt wieder so eine Sache. Bevor ich euch das jetzt Ewigkeiten und viel erzähle und zeige, was alles erstmal nicht funktioniert, sage ich euch, auf Microsoft gibt es sogar eine Art Knowledge-Base-Artikel, wo drin steht, ja, wir sind schon ganz gut, aber noch nicht überall. Und ich zeige euch jetzt das Wichtigste, was ihr eigentlich gerade schon gesehen habt, was einfach grundsätzlich überhaupt gar nicht geht, sind einfach die Anmelde-Server. Das heißt, in größten Teilen gehen die Microsoft-Seiten, auch Microsoft-Support und sowas, Microsoft-Support, jetzt habe ich hier irgendwie dicke Finger irgendwas geschrieben, selbst die Seite, okay, geht nicht in dem Falle, aber zum Beispiel so Azure und so, das geht alles. Aber wenn man halt eben jetzt wirklich einfach mal so ein bisschen tiefer reingeht, dann stellt man einfach immer wieder fest, und das zeige ich euch jetzt, wenn man hier unten einfach mal Teams aufruft und hier erste Schritte und sich so anmeldet, wird man feststellen, dass man sich einfach über oder mittels Microsoft, egal bei welchem Login-Dienst, Login-Microsoft-Irgendwas.com, Teams, wie auch immer, IPv6, einfach null möglich. Das heißt, man wird aus den normalen, ja, Diensten im Endeffekt, die man über Microsoft bezieht, auch wenn es Office ist und so weiter, es ist einfach tot. Man muss sich heutzutage einfach anmelden. Was ich euch aber sagen kann, ist, um jetzt mal so ein bisschen von dieser Office-Schiene, Teams-Schiene wegzugehen, zum Beispiel System-Updates, die funktionieren wiederum. Das heißt, hier dieser ganz normale Update-Dienst, der hier im Windows drin ist, der ist halt so hart verdrahtet und der funktioniert halt eben trotzdem über IPv6. Also ihr seht, es ist scheinbar noch eine ziemlich, ziemlich schwierige Sache, auch da wieder. Ich mache noch mal ganz kurz die Gegenprobe. Ich nehme jetzt hier noch einfach mal support.microsoft.com einfach mal rein, um einfach zu sehen, was passiert. Auch da wieder, ihr seht, es verteilt sich viel auf irgendwelche CNames. Wir bekommen auch wieder nur eine IPv4-Adresse, support.microsoft.com und so weiter. Das ist halt einfach alles echt schlecht. Login. wie war das? live.com oder irgendwie sowas war die Seite. Ich habe es gerade vergessen. Wir gucken noch mal rein, anmelden. Ich klicke drauf, login.live.com geht nicht. Wo landen wir? Hier auch wieder nur irgendwelche CNames. Die haben halt eben 1000 Millionen Webseiten. Da haben wir hier login.msaidentity.com. Gucken wir auch noch mal kurz rein, ob wir da vielleicht was bekommen. Ja, ihr seht, alles A-Records. A, 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 A. Das ist einfach aber überhaupt kein IPv6. Gut, wir wissen jetzt, Arbeiten zumindest mit Microsoft-Produkten wird halt eben ziemlich schwierig sein. Aber wir haben natürlich noch auf der Arbeit immer ganz viel Langeweile und wir surfen halt eben durch die Gegend. Wir bezahlen zum Beispiel alle ganz, ganz viel Geld. Viel zu viel Geld. Viel zu viel Geld für unsere Öffentlich-Rechtlichen. Also wollen wir jetzt einfach mal die Öffentlichen-Rechtlichen nutzen. Also ARD.de. Ja, sieht echt schlecht aus. ZDF.de. Oh, jetzt habe ich mich verschrieben. ZDF.de. Das sind alles so einfache Fallbeispiele. Keine Ahnung, gibt es denn die Mediathek irgendwie von ZDF? Habe ich gehört, die wird sehr viel geguckt. Die ist auch unter ZDF.de. Da gab es auch eine ARD, glaube ich. Gab es auch eine Mediathek? Gucken wir mal kurz rein. ARD.mediathek.de. Ja, auch das ist halt relativ schwierig. Wie sieht es denn aus, wenn wir einfach mal gucken? Bund.de. Ja, auch sehr schwierig. Wie sieht es dann aus mit bsi.bund.de? Also, wie soll ich sagen? Es ist halt relativ schwierig. Das Einzige, wo wir gefunden haben, wenn es um die Kohle geht, das funktioniert scheinbar. Wenn nämlich einfach mal auf elster.de gehen, das funktioniert auf einmal. Also eure Kohle werdet ihr auch schon los, keine Sorge. Aber so ganz langsam machen wir Feierabend und auch der Dennis ist dazwischendurch auf Twitch unterwegs. Hier unten der Link dazu. Gucken wir doch einfach mal, ob wir vielleicht dem Dennis live auf Twitch irgendwie zuschauen könnten. In dem Fall einfach mal Twitch.tv. Ja, nee, geht auch nicht. Also auch das können wir irgendwie vergessen. Auf der anderen Seite, wo seid ihr gerade unterwegs, bestes Beispiel, einfach mal YouTube.com. Das ist wieder so eine Seite, wo man sagt, und das weiß ich auch, die funktioniert schon seit Ewigkeiten und drei Jahren auf IPv6. Gar kein Problem. Ist halt auch Google, also scheinbar ist Google da wirklich ganz stark unterwegs. Soweit ich weiß, ist auch Apple sehr, sehr stark auf IPv6 unterwegs, dass da auch alles funktioniert. Und ich habe sogar gehört, alles funktioniert bei Apple. Das heißt auch hier iTunes und Datenablage, Cloud und was nicht alles. Das funktioniert scheinbar alles. Also auch Apple ist da ganz gut unterwegs. Ich habe zum Beispiel noch ein cooles Fallbeispiel. Das sind diese ganzen Tools, die wir immer mal wieder nutzen. Und das ist auch wieder so Internetseitentechnisch echt scheiße einfach gelöst. Also haben wir zum Beispiel, die haben versucht, 7zip zu downloaden. Das ist so eine Software, die man einfach immer mal wieder braucht. Und hier ist auch die schöne Webseite. Sie geht direkt auf IPv6.7zip.com. Und jetzt wollen wir hier einfach nur sagen, Download. Und jetzt müsst ihr mal ganz klein da unten gucken. Ganz klein unten links. Ich kann die Maus jetzt nicht bewegen. Und dann steht jetzt, der Download verweist halt auf 7zip.org. Und wir sind auf 7zip.de. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, boom, haben wir wieder einen Fehler. Also auch Webseiten sind mittlerweile ja inkonsistent, was das Thema IPv6 angeht. Das heißt, ich konnte es halt eben noch nicht mal herunterladen. Es ging einfach nicht. Und da wir ja im Privatbereich unterwegs sind, haben wir natürlich, so wie bei mir auch wieder in der Community, sehr, sehr viel halt eben mit Discord. Discord ist mittlerweile eins der von den Jugendlichen, mit eins der größten Kommunikationsmedien hat Teamspeak gefühlt komplett abgelöst. Discord läuft auf Azure, Azure Cloud. Ihr seht, es geht gar nichts. Wie kann man, wenn man ein Produkt halt größtenteils in der Cloud bewegt, null IPv6-Supporter hinterhängen? Es geht gar nichts. Oder wenn wir jetzt mal bei dem Thema dabei bleiben. Wir wollen irgendwelche Konnektivität machen. Wen haben wir alles? Wer ist so ganz viel? Habe ich gar nicht getestet. Jetzt werde ich jetzt mal testen. VPN-Anbieter. Lass uns mal gucken. NordVPN. Einfach mal googeln. Mal gucken. Zumindest die Webseite. Oh, das war jetzt Google-Ad-Service. Wir gehen wieder zurück. Wir gucken mal, ob die Webseite selber erreichbar ist. Oh, auch nicht. Ich bin da mal einen Schritt weitergegangen. Ich habe gesagt, okay, vielleicht ist ja nur die Webseite nicht erreichbar. Sondern ich benutze ja immer ganz gerne mal Proton-VPN. Ja, Proton-VPN-Client habe ich über IPv4 installiert bekommen. Aber glaubt mir, die Login-Server, wenn ich mich jetzt hier versuche einzuloggen, nein. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Ich komme einfach noch nichtmals über einen VPN-Anbieter irgendwie in die andere Seite dieser Welt, dieses Internets. Es geht nicht. Die sind dafür einfach alle nicht gerüstet. Deswegen habe ich mir gedacht, alles klar. Ich baue einfach mal meinen eigenen VPN auf und tunnele dann da alles, was IPv4 ist, einfach mal durch. Das heißt, einfach WireGuard-Client aufgesetzt, hier bei mir als Server, eingerichtet und einfach mal aktivieren. So, jetzt sind wir ready for Internet 2023. Ich baue jetzt über meiner IPv6-Verbindung, baue ich jetzt einfach eine Verbindung auf. Und ihr seht auch hier, ich markiere es euch mal. Ich tunne auch alles, was IPv4 ist, jetzt einfach durch diese Verbindung hier ganz normal durch. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an und fangen wieder an mit Google.de und gucken einfach mal nach dem Wetter. Da fangen wir jetzt an. Wettervorhersage, Wetter.com läuft auf einmal. Wir gehen mal wieder zurück auf die eine Internetseite, weil mich das echt interessieren würde von Wetter Online. Und gucken jetzt hier nochmal drauf und wir kriegen auch sofort, ihr seht, die ganze Scheiße kommt. Alles und Discord geht auf. Alles läuft auf einmal. Wir kriegen wieder die Cookie-Scheiße angezeigt. Also die läuft scheinbar auch nicht über IPv6. Jetzt könnte man sich ja so die leichte Frage stellen. Liebe Internetseitenanbieter, wenn ihr eine Internetseite hostet, die per IPv6 erreichbar ist, aber euer Cookie-Banner auf einmal nicht mehr über IPv6 erreichbar ist, in welcher rechtlichen Zone bewegen wir uns denn eigentlich, wenn auf einmal Internetseiten unterschiedlich sind und gerade besonders solche Datenschutzsachen, in welchem rechtlichen Rahmen bewegen wir uns denn mal? Da müsste man eigentlich mal hier den Herrn Solmecke von WBS fragen, wenn auf einmal Internetseiten unterschiedlich sind. Na ja, egal. Gehen wir zurück. Auf jeden Fall würde ich sagen, aktuell bekommen wir jetzt dann doch wieder so ein bisschen Regenradar angezeigt. Da haben wir ja festgestellt, es geht nur über IPv4. Mal gucken, wie unsere Mediatheken aussehen. Ah ja, unsere Mediatheken gehen auch wieder. Wie sieht es mit Microsoft aus, dass wir uns auf einmal wieder einloggen können? Wir könnten uns auf einmal über wundersame Weise auch wieder einloggen. Naja, das war auf jeden Fall jetzt so ein kleiner Schwenk. Einfach mal durch die Welt ins reine IPv6 im Internet. Und ihr seht schon selber, das Ganze gestaltet sich wirklich extremst schwierig. Vielleicht einfach mal selber kurz darüber nachgedacht, warum ist das Ganze so schwierig? Also ich würde sagen, aus der Technik, die jetzt einfach seit, keine Ahnung, über 10 Jahren, über 15 Jahren halt eben besteht. Ihr seht zumindest, meine Internetseiten sind zumindest irgendwie über IPv6 und IPv4 direkt erreichbar. Doch wo besteht halt eben das große Problem? Ich sage mal so, häufig und ich glaube, das ist auch mit einer der großen Themen. Netzwerker sind Mangelware. Dann auch noch geballtes Wissen von Netzwerkern, die auch in IPv6 unterwegs sind, ist halt eben Mangelware. Und das gehört halt eben nicht nur diese Netzwerkthematik dazu, sondern ich muss dieses Server auch mit IPv6 erstmal verdrahten und so weiter. Und ihr wisst es und könnt es euch mit Sicherheit vorstellen. Große Internetseiten bestehen nicht aus einem Web-Server, wo ein Web-Server drauf ist, wo eine Webseite drauf läuft. Nein, in der Regel bei großen Webseiten ist es halt so, es gibt irgendwelche Entry-Knoten bzw. viele Load-Balance der Webseiten, wo dahinter viele, überhaupt was ich war, Datenbanken, irgendwelche anderen Transaction-Server und so weiter dran und verbunden sind. Die könnte man dann zwar schon wieder per IPv4 verbinden, aber trotzdem, dieses ganze Zusammenspiel gestaltet sich halt schwierig. Und wenn da halt einfach im Unternehmen das Knowledge fehlt, ist es halt schwierig. Ja, das sollte jetzt einfach mal das Beispiel sein, warum wir bei IPv6, bei reinem IPv6, einfach noch echt verdammt weit davon entfernt sind, das direkt anzubieten. Und ja, bestes Beispiel, dass wir einfach an der IPv4-Adresse noch lange festhalten werden, weil einfach unsere großen, und ich will nicht wissen, wie es bei kleinen aussieht, einfach noch nicht so weit sind. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen von diesem Video. Lasst den Abo-Knopf hier und einen Daumen hoch. Vielen lieben Dank, macht's gut. Ciao. Ciao.